Die dürfen, Onkel Rockwee, nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Ich, ich will nicht reden. Hier an dem Goldstück. Oh, vielen Dank. Müssen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Danke, dass ihr mit mir geredet habt. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zugütig, Vivian. Rockwee, ihr habt Ulfric Sturmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Er verdient es nicht zu sprechen! Es ist überhaupt kein Mordgeschehen. Lübner. Ulfric hat Torek herausgefordert. Was? Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns braucht. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand aller Nord. Das sagt die Hochhelpe natürlich. Ne, das war die gar nicht. So viele Leute, alle am Gaffen. Was? Am heutigen Tage breche ich auf nach Sofengarde. Hau ab. Holy Shit! Ist das dein Ernst? Und alle hauen sie ab. Eine schöne Torwache wart ihr. Ja gut. Anscheinend jemand, der Ulfric geholfen hat. Wir reden mal mit den Leuten, solange sie alle versammelt sind. Machen wir doch ein bisschen von der Stadt. Geht. Alle haben keinen Bock auf uns. Okay. Hallo. Das muss unbedingt in mein Teil der Edda. Okay. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er gewusst hat, was er tat, als er dieses Tor öffnete. Hallo. Ein Mann öffnet ein Tor und dafür wird er gekröpft. Das kommt mir ziemlich extrem vor. Das kenne ich. Das finde ich auch. Solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Der blaue Palast ist hier das Hauptgebäude. Das... Ich komme nicht auf die Festung von Einsamkeit. Sie hätten es noch etwas hinaus zöbern sollen. Er hätte einen langsameren Tod verdient. Verdammter Hochelfe. Hallo. Warum musste es so sein? Ja, den haben wir schon gehört. Hallo Hauptmann Aldis. Ich warte. Okay. Ich gehe mal gucken. Vielleicht hat er irgendwas bei sich. Eine Notiz oder so. Nein, ein Amulett von Talos. Ja, wart zu erwarten bei jemandem, der so gut von den Norden spricht. Vorsicht in meiner Stadt. Diese Axt wollt ihr nicht in Aktion erleben. Ist ein Schmied. Ihr seid nicht etwa Söldner, oder? Ich habe ein kleines Problem, das ihr lösen könntet. Was habt ihr für ein Problem? Ich habe wohl versehentlich einen Gefangenen entkommen lassen. Den Anführer einer dieser Gaunerbanden. Ich habe erzählt, er wäre beim Verhör gestorben. Nun müsst ihr ihn finden und sicherstellen, dass er nicht auftaucht und Einspruch erhebt. Ich mache es. Gut. Wenn ihr zurückkommt, wartet ein Sack voller Geld auf euch. Klingt gut. Schnell verdient das Geld. Ihr wart der, der diesen Mann hingerichtet hat. Ja, ich bin der Henker hier in Einsamkeit. Das ist meine Arbeit. Halten Sie euch auf Trab? Kommt darauf an, was ihr damit meint. Ich bin auch noch oberster Wärter hier im Kerker. Normalerweise eine ruhige Arbeit. Wann ist die nächste Hinrichtung? Es steht keine an. Aber an dem dürren Hals dieses Yari-Ra würde ich mich gerne mal austoben. Dieser dreckige Argonia hätte niemals einen Fuß in die Stadt gesetzt, wenn Großkönig Torik noch leben würde. Denkt daran, der Bandit soll sterben, nicht leben. Okay, erstmal eine Quest hier angenommen. Ja gut, ich möchte nicht allzu viel jetzt von der Stadt machen. Vielleicht mal einen Alchemisten aufsuchen. Das ist eine Schneiderin. Hier gibt es normale Klamotten wirklich. Gemischtwarenhändler. Und sehr interessant für uns, ein Alchemist erstmal. So, ich würde sagen, vorher gehen wir aber zum Gemischtwarenhändler. Aufgrund dessen, dass wir sehr viel Zeug bei uns haben. So, bits and pieces. Gut, Lydia wird uns jetzt noch unsere ganzen... Ne, nicht die Dolche geben. Die Dolche behältet sie. Die Dolche werden wir später, wie gewohnt, verzaubern. Was wir machen werden? Die ganzen Handschuhe, die wir nicht brauchen, mal verzaubern. Wir haben ja eine Menge Handschuhe. Und ich würde ganz gerne den Handschuh für die Schmiedekunst auf jeden Fall behalten. Das ist ein wahnsinniger Effekt, der da drauf war. Lydia? Ne, du hast sie ja gar nicht. Wer ist denn hier der Händler? Gisli? Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikors Schwester nennen. Alle machen das. Erikor ist also euer Bruder und ihr habt keinen eigenen Namen? Ja, mein älterer Bruder. Und die Person, mit der ihr jetzt wahrscheinlich reden wollt. Aber seit Torek tot ist, liegt die wahre Macht am Hof des Jarls in den Händen von Falk Feuerbart. Mein Bruder ist nichts weiter als ein aufgeblasener kleiner Gag. Sie scheint ziemlich neidisch zu sein, aber das scheint mir nicht gerade die beste Einstellung. Wenn ihr nach einer guten Einstellung sucht, geht zu den Barden. Sie spielen sie euch vor. Wenn ihr stattdessen nach Wahrheit sucht, sprecht mit Noster. Er ist ein gutes Beispiel dafür, was das Leben zu bieten hat. Und wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt, probiert ihr Wetzwürzwein. Aber was ihr auch macht, lasst mich in Ruhe. Was für eine Ziege. Okay. Hallo, Seimer. Bayrand sagte, ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Ja, aber wer ist Bayrand? Bayrand ist mein Mann. Er arbeitet in der Schmiede oben im Schloss Elend. Ich sehe ihn aber kaum noch, seit er wegen der Bestellung der Armee so viel zu tun hat. Wart ihr bei Rock bis in Richtung? Nein. Nein. Das war eine üble Geschichte. Der Tod von Großkönig Torek hat die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Und unter uns gesagt, er war nicht mal ein besonders guter König. All die endlosen Reden. Das Kaiserreich hier, das Kaiserreich da. Okay, was habt ihr zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, das sagen die meisten Händler zu uns. Gut. Mein Inventar. Lederarmchen der Alchemie. 15% sind eine Menge. Schuppenarmchen der Schmiedekunst. 15% sind mal wieder eine Menge. Allerdings haben wir jetzt orkische Panzerhandschuhe der höchsten Schmiedekunst. Das sind mal eben 7% mehr. Das heißt, die alten. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir die Handschuhe der großen Schießkunst und des höchsten Führens. Ich glaube, große Schießkunst ist uns neu. Ja, komm, auf die zwei scheißen wir mal. Höchsten Führens werden wir dann erstmal gucken, ob wir das entzaubern können, wenn wir ein Table dafür finden. Gut, damit sind wir ein bisschen gewichtlos geworden. Vulkanglas 2 Händler möchte ich gerne vorher verzaubern. Wird uns noch mehr Geld bringen. Allerdings denke ich, dass die Händler, auf die wir stoßen haben, wieder kein Geld haben werden. Deswegen verticke ich ihn trotzdem mal so. Ob das ihr mir jetzt wieder den Kopf abreißen wollt, wollte ich gerade sagen. Aber das hat sich gerade erledigt. Wow. Du hast ein außergewöhnlich gutes Angebot. Angebot. So, nehme ich auch noch. Dann können wir tatsächlich noch ein wenig was eintauschen. Vulkanglas 2 Händler, Vulkanglas Kriegshammer. Was denn noch? Oh Mann. Ja gut, sie hat eine Menge Alchemie Zutaten. Die will ich mal alle haben. So, ich hatte eigentlich im Kopf, dass sie der Alchemistenladen ist und nicht ein Allgemeinwarenladen. So scheint es mir gerade. Wobei, ne, sie hatte ja viele Tränke. Kann man bei ihr Rüstung kaufen? Ja, sie scheint wirklich der Allgemeinwarenhändler zu sein. Hier werden wahrscheinlich zwei Händler in einem Haus vereint sein. Gut, dann packe ich den jetzt noch weg. Lohnt sich nicht so wirklich, aber na gut. Dann seh ich mich mal weiter aus. Um, meine ich. Öffnen. Hier geht's anscheinend in ein Wohnhaus. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir hier gelandet sind. Bilanzen. Ja, ich weiß, du willst mir folgen. Augen brennt ein gewisses Feuer. Genau wie bei meinem Beirand. Bitte seht euch doch um. Wir haben alles Mögliche. Ich glaube, sie würde uns heiraten. Das hört sich ganz so an wie in euren Augen brennt ein gewisses Feuer, als wenn sie willig wäre, den Ehemann zu wechseln mit uns. Na gut, wir gehen hier nochmal raus. Sieht aber auch nicht aus wie ein Alchemieladen, wenn ich ehrlich bin. Das sieht eher aus wie eine Schneiderei. Und auch vom Angebot her eben. Ich gehe hier nochmal raus. Der Name war auch mehr für einen Allgemeinwarnladen, fand ich. Aber. Ja gut, das war der Allgemeinwarnladen. Da war der Alchemist. Okay, ja klar. Ich wollte jetzt erst zum Allgemeinwarnladen. Okay. Hat sich ja alles erledigt. Wir gehen jetzt zu Angelinas Alchemie, wenn ich richtig gelesen habe. Ich habe nur flüchtig drauf gesehen. Wir sehen uns hier mal um, was wir hier so finden. Wenn ihr nach Zaubertränken sucht, solltet ihr mit meiner Tante Angeline Mora reden. Mach ich. Ihr wart bei Rockwiers Hinrichtung. Naja, unschöne Angelegenheit. Mag sein, aber notwendig. Tch. Meine Cousine Fura ist gerade jetzt irgendwo draußen in Himmelsrand und kämpft gegen Ulfric Sturmantel und seine verdammten Aufständischen. Wäre Rockwier nicht gewesen, wäre das gar nicht nötig. Und meine Tante hätte sich um ihre Tochter keine Sorgen machen müssen. Warum haben sie ihn hingerichtet, wissen wir schon, aber na gut. Ihr wisst es wirklich nicht? Er hat Ulfric Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockwier lässt ihn einfach davon reiten. Wie kann man sich so davon ablenken? Die meisten gehen hinüber in den zwinkenden Skewer. Wenn ihr keine Musik hören und nichts trinken wollt, könnt ihr wenigstens mit Corpolis sprechen. Er weiß immer den neuesten Klatsch. Gut, ich wollte zwar eigentlich direkt die Quest machen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt doch direkt Einsamkeit, weil ich komme ja irgendwie doch nicht drum rum. Hallo? Ja, ich will handeln. Ihr kommt doch viel herum, oder? Wagt ihr schon in Weißlauf? Ja, in der Tat. Worum geht es denn? Wunderbar. Ich hätte nicht erwartet, tatsächlich jemandem zu begegnen, der dort war. Meine Tochter Fuhrer. Nach ihrem Eintritt in die Armee wurde sie in Weißlauf stationiert. Ich hatte gehofft, ihr werdet ihr vielleicht begegnet. Ich glaube noch nicht. Nein. Ich habe in letzter Zeit nichts von ihr gehört. Ich habe versucht, mit Hauptmann Aldis zu reden, aber ihr war überhaupt keine Hilfe. Ich habe sie noch nicht getroffen, aber ich könnte versuchen, noch mehr Informationen zu erhalten. Das ist wirklich sehr nett von euch. Ich wäre euch für jede Neuigkeit dankbar, die ihr Hauptmann Aldis entlocken könnt. Okay. Könnt ihr mich in Alchemie unterrichten? Äh, wollen wir nicht. Arom-Lädchen. Ihr verkauft also Parfüms. Okay. Wir führen hauptsächlich Kräuter und Alchemie-Zutaten. Vor dem Krieg wurden unsere Waren aber größtenteils als Aromastoffe für den Hausgebrauch verwendet. Heutzutage besuchen uns oft auch Leute wie ihr auf der Suche nach Heilmitteln und Ähnlichem. Okay, äh, was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Hoffentlich eine Menge. So. Ähm, ja, gefällt mir schon nicht, was ich so sehe. Zu wenig Weizen. War nur gut, wir kaufen sie mal wieder auf. Wieso kann ich nichts kaufen? Ach, weil das neun sind. Okay. Ja, man sieht schon, hier gibt's viel Lavendel. Wir haben ja schon vor der Stadt viel Lavendel gesehen. Auch viele Todesblumen-Glocken, weil vor der Stadt davon auch viele rum sind. Ähm, ja. Wir haben knapp 1000 für Alchemie ausgegeben. Cool. Dann würde ich noch gerne starke Heilung und normale Heilung kaufen. So, jetzt würde ich selber gerne ein wenig Alchemie wirken in diesem Laden. So, dafür wählen wir mal alles aus, was mit Alchemie so zu tun hat. Die Lederarm-Schienen. Geringe Alchemie, geringe Alchemie, geringe Alchemie, Diadem der geringen Alchemie. Ich glaube, das war's schon. Ja, ich glaube, mehr haben wir nicht. Gut. Ich dachte schon, sie sagt jetzt Braut und ich würde nicht so gerne an sie denken, während ich meine Tränke bei ihr mache. Ach ja, ähm, wir hätten gerne Gesundheit wiederherstellen, wie immer. Weil das schöne Tränke sind. Nicht so gut. Schon besser. Nicht so gut. Schon besser. Ja, das klingt gut hier, die Kombination. Das waren eine Menge Tränke, damit bin ich schon zufrieden. Den werde ich jetzt nicht herstellen, weil, ihr habt ja gesehen, er gibt weniger. Ja, ähm, dann würde ich gerne meine Feuerresistenzen wieder ein bisschen hochpushen. Ja, 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 ja. Das reicht mir schon. So, ähm, abwählen bitte wieder. Ich möchte nicht so viel machen. Ich möchte nur genug haben, um mein Geld wieder zurück zu verdienen. Unsichtbarkeit gerne. Dann hätte ich gerne, 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 gerne Ausdauer wiederherstellen. Ja, 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 die ganzen einfachen Tränke. Schlammkramschitin, sehr nützlich. So, das sollten genug Tränke fürs Erste gewesen sein. Ich denke, ähm... Wir schauen erst mal, was wir ihr verkaufen können. Und was ich für ein Alchemist bin, alte Lady. So, erst mal will ich meine Gifte loswerden, vom letzten Mal noch. Zack, zack, zack. So, Unsichtbarkeit, die Alten können weg. Wundertdruck der Stärke behalten wir für Notfälle. Ist okay, ist okay, können weg. Kann weg, kann weg, kann weg. So, und jetzt hat sie noch 1800. Jetzt werden wir versuchen, Trash-Tränke zu machen. Ach, Quatsch, ich muss mich ja dafür umdringen. Ich hätte jetzt auch wieder Klavisweil anziehen können, aber ich hab's mal wieder vergessen. Ich versuche, neue Effekte zu lernen. Schleichen verstärken. Nichts. 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 Doch, Anfälligkeit für Gift. Anfälligkeit für Gift ist sogar richtig gut. Der Dreherz behalten wir. Weg. Dachenbaum damit weg. So, die wertvollen Stoffe möchte ich behalten, möglichst. Genauso wie die blauen. Ach, die haben ja gar nicht Gesundheit-Teilen drauf. Okay, dann trashen wir die auch mit anderem Zeug. Kann ich's wurzeln. Ach, das wissen wir sogar schon. Dachenbaum. Ja, das wird jetzt mal wieder einfach nur wildes Rumprobiere miteinander. Ich mach mal von unten an Zweiglingsaft. Ist ein ziemlich wertvoller Gegenstand eigentlich, aber ich versuch's. Ich möchte sehen, ob ich da irgendwas draus machen kann. Vielleicht mit der Tollkirche. Magika, Regeneration senken. Weißkappe mit Wacholderbeeren. Das klingt auch lecker. Weißkappe mit violette Bergblume. Nein. Wacholderbeeren mit Bergblumen. Nein. Kundraerbaumwolle. Bergblume. Mit Todesglockenblumen werden wir wahrscheinlich jede Menge Gifte hinkriegen. Ich probiere mal mit allem ein bisschen aus. Skiwerschwanz. Vielleicht damit. Tatsache kennen wir aber schon. Schneebeeren. Nope. Schlachterfisch schuppen. Nope. Schlachterfisch Ei. Nope. Schimmerpilzen. Nope. Salz der Leere behalten wir. Salz behalten wir. Rote Bergblume. Ist ein Gift. Riesensee. Ist kein Gift. Hätte ich mir vorstellen können. Riesenflechte. Anfälligkeit für Gift. Todesblumen mit Pfahlwurzel. Ich probiere mal wieder von der Mitte aus. Nurnworts mit den Todesglocken. Kennen wir wahrscheinlich schon. Boah, wir haben so viele Zutaten. Ich mache mal einfach alle Elixiere, die ich kann. Und gucke, was übrig bleibt. Auch die Frostsalze weckt. Ich will einfach nur gerade ganz viele Tränke machen. Wir haben so viele Blut in der Kronen. Wir kriegen jetzt so viel Schrott raus. Ausdauer senken. Ausdauer verstärken. So, jetzt haben wir schon einiges weniger. Feuerresistenz. Rostresistenz. Gesundheit regenerieren. Gesundheit senken. Boah, wie viele Tränke wir jetzt gleich einfach haben. Und wie wenig Erfahrung uns das gibt. Ist so lächerlich eigentlich. Magierresistenz. Die will ich eigentlich behalten. Blocken verstärken entdeckt. Nett. Ne. Okay, wir haben jetzt erstmal genug Tränke. Ich glaube, die anderen Zutaten behalte ich erstmal und versuche jetzt nicht mehr Try-Hard-Sachen zu entdecken. Ich habe jetzt so viel Trash, den ich verkaufen kann. Ihr glaubt das nicht. Holy guacamole. Weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Lösung der Stärke. 100 Drang der Stärke. Äh, Magierresistenz. Weg von mir aus. Ja, okay. Das war's auch schon. Wir haben die meisten Zutaten verballert und ein paar Tränke erhalten. Gewicht ist wieder okay, Geld ist wieder ausgeglichen. Ich werde niemals an dich denken, damit das klar ist. Haben wir mal ein Level abbehalten? Nein, das dauert noch ein wenig. Ich gucke mal, wie weit unsere Alchemie inzwischen ist. Wir könnten theoretisch jetzt schon den Experimentator skillen. Und darauf haben wir schon zwei Wirkungen beim Mehrgegenstande essen. Das ist einer der besten Skills im Alchemiebaum, finde ich. Gut, gehen wir weiter. Ich muss mal eben auf meinen Timer gucken. So, vier Minuten haben wir noch. Ich bin ganz ehrlich, wenn es um Alchemie in Skyrim geht, versuche ich immer, das möglichst schnell hinter mich zu kriegen. Ich mag die Alchemie-Geschichten in Skyrim meistens nicht. So, ich hätte mir meinen Hut aufziehen können, aber na gut. Ich ziehe mir meine normale Rüstung wieder an. Episch, episch, episch. Hatte ich den nicht an? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich hatte ihn an. Okay, ähm. Die Frage ist jetzt mehr von der Stadt oder nicht. Als hoher Priester der acht Göttlichen heiße ich euch willkommen. Wer bist denn du? Ich bin gerade leider mit Botengängen beschäftigt. Ja, 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 ja. Okay, ähm. Gut, ich würde mal sagen, wir kontrollieren mal die Ecke hier noch. Und danach lassen wir den Trakt, das ist übrigens die Schmiede, und den weiteren Trakt, den Haupttrakt der Stadt, erstmal hinter uns. So, dass wir erstmal Stück für Stück was machen, dann haben wir quasi ein gutes Drittel von Einsamkeit entdeckt und können dann erstmal mit der Hauptquist weitermachen. So. Was bist du für ein Typ? Art Bar, kennen wir schon. Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Ihr und eure Tochter wart bei der Hinrichtung. Swari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rock wie etwas Schlimmes getan hat. Und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber... Ein Kind fühlt da anders. Wo fangt ihr die Fische? Unten am Hafen. Es gibt ein paar gute Stellen, wenn man den Arbeitern der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft und diesen Gaunern der Roten Woge aus dem Weg geht. Okay, ähm, ja, er hat wahrscheinlich Fische, aber nein. Hallo, Sorex Vinicius. Vinius. Wenn ihr eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, geht zum Zwinkern in Skewer. Die betreiben eine gute Herberge. Wer hat in Einsamkeit das Wagen? Jarl Eliseth, die liebreizende, arme Frau. Ihren Ehemann und König so zu verlieren. Das war ein schwarzer Tag für uns alle. Verdammt, das erinnert mich daran, dass ich ihrem Vogt Falk Feuerbart noch etwas liefern muss. Er hat eine besondere Flasche Rum von Stross Necay bestellt. Die Lieferung kann ich für euch übernehmen. Das würde mir eine Menge Ärger ersparen. Hier, bringt das zum Blauen Palast. Okay, schleppen wir das mal so weit rum. Ihr wart bei der Hinrichtung, nicht wahr? Ich meine, das hätten wir gerade eben gefragt. Ja, das wollte ich mir ansehen. Ich weiß nicht, ob sie das Recht hatten, ihn für das hinzurichten, was er getan hat. Aber eines sage ich euch. Es hätte keinen netteren Menschen treffen können. Oh Gott. Das hört sich aber sehr hartherzig an. Hört zu, Rockweer und ich sind miteinander aufgewachsen. Wir beide, noch ein paar andere und Vivienne. Vivienne ohne es. Ich weiß nicht wieso, aber eines Tages erzählte ich Rockweer, dass ich sie mochte. Das war wirklich dumm von mir. Denn von da an hat er sich andauernd über mich lustig gemacht. Von diesem Moment an hat er mich jedes Mal, wenn Vivienne und ich uns irgendwie nahe kamen, unbarmherzig verblüht. Okay, das ist scheiße. Er schlug mich zusammen, schüttelte mir Met über den Kopf. Was? Einmal schmuggelt er sogar einen Bienenkorb in mein Bett. Sicher, wir waren Kinder. Aber seine Unreife oder Grausamkeit hat Rockweer niemals abgelegt. Wenn also die Leute sagen, er sei ein ehrenhafter Nord gewesen. Dummes Zeug. Ja gut, er kennt ihn. Ich glaube ihm da jetzt ein bisschen mehr. Er könnte auch scheiße labern, aber wie gesagt, ich glaube ihm da ein bisschen mehr. Ihr arbeitet also im zwinkern ins Gieber? Ja, sonst wird er nicht Schleichwerbung machen. Ob ich dort arbeite? Er gehört mir. Nun ja, nicht ganz. Eigentlich gehört der zwinkern ins Gieber meinem Vater. Aber er ist in Familienbesitz. Also wird er mir gehören, wenn mein Vater abtritt. Wenn er dich nicht enterbt. Hallo Knoblauchfrau. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate? Ein Kohl? Oder einen Lauch? Was mich gerade interessiert, was ist das für eine Rasse? Ähm, hier kommen bestimmte interessante Leute vorbei. Oh ja, es ist noch gar nicht lange her, da hat hier ein Bote aus Drachenbrücke Halt gemacht. War auf dem Weg zum Blauen Palast. Er war sehr nervös. Sagte, er brauche Hilfe. Habt ihr keine Probleme, hier reife Waren zu bekommen? Ich weiß mir zu helfen, aber es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach. Die Schwarzbluträuber plündern seit geraumer Zeit die Schiffe vor der Küste. Durch die Dummheiten dieser Banditen wurden schon viele verletzt. So sieht das aus. Okay, und die letzte, vorletzte. Letzte. Ihr habt nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Äh, wie läuft das Geschäft? Es reicht aus. Ich bin ehrlich gesagt angewiesen auf die Verkäufe während der Verbrennung von König Olaf. Und dieses Fest findet dieses Jahr wahrscheinlich nicht statt. Was ist die Verbrennung von König Olaf? Ein jährlich von den Baden ausgerichtetes großes Fest. Dabei wird König Olaf als Puppe verbrannt. Das ist immer ein ziemlicher Spaß. Bei den Baden gibt es während des Festes Würzwein. Also kommt immer eine große Bestellung. Noch Wochen später ist die Nachfrage so groß, dass ich kaum hinterherkomme. Aber nach dem Tode des Großkönigs Torik gilt das Fest als geschmacklos. Dieses Jahr wird es also wohl nicht stattfinden. Das ist schade. Was braucht ihr von den Docks? Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Jemand muss sie überreden, sie freizugeben. Dürfte kein Problem sein. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Gut. Wird euer Würzwein nach einem geheimen Rezept hergestellt? Ja. Nach einem geheimen Familienrezept. Das einzig Gute, was mein Vater Oktiev jemals getan hat. Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Okay. Na gut. Wir haben bis zur Nacht geredet. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und sehen uns das nächste Mal. Wir haben jetzt ein gutes Drittel hier durch. Eine Menge Quests schon, die werden wir das nächste Mal machen, nachdem wir die Hauptquests fortgeführt haben. Aber bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ist das schön, wenn Lydia nicht in der Nähe ist.